Beim Live-Mithören wird Audio mit dem Mikrofon deines iPhone oder iPad aufgenommen und an kompatible Kopfhörer gesendet. Und so geht's. Rufe die Einstellungen auf und tippe auf Kontrollzentrum. Tippe auf das Pluszeichen, um Hören hinzuzufügen. Öffne zum Aktivieren von Live-Mithören das Kontrollzentrum und tippe auf die Hören-Taste. Stelle sicher, dass deine Kopfhörer gekoppelt sind und tippe auf Live-Mithören. Nun wird Audio vom Mikrofon des Geräts an deine Kopfhörer gesendet, damit du alles deutlich hörst. Hören, was wichtig ist.